Oder hat sie eine Haselnussallergie, von der ich nichts weiß? Wer bestellt eine Margareta? Das riecht halt nur nach Basilikum, weil da halt so ein halber Busch drin ist. Aber nein, Daniel, Daniel hat ihn mir nicht gegönnt. Äh... Einen Stoff. Damit du auch nett zu mir bist. Aber deshalb hast du auch echt nicht gekriegt. Hey Lieben, ich bin Sophia. Und ich bin Daniel. Und wir sind heute in Hannover unterwegs. Und wir werden heute Restaurants besuchen, die wir noch nie getestet haben. Also ihr seht ganz viele neue Restaurants. Und außerdem werden wir unsere Bestellungen tauschen. Also gleich doppelt. Ich werde für Daniel bestellen. Ich werde für Sophia bestellen. Also let's go, los geht's zum ersten Restaurant. Wir sind jetzt im ersten Restaurant. Und zwar in einem türkischen Restaurant, was uns schon richtig oft empfohlen wurde. Und unser Essen ist gerade auch schon gekommen. Und unsere Getränke auch. Ja, ich werde erst mal zeigen, was ich für Daniel bestellt habe. Und zwar habe ich leckeres Beyti für dich bestellt. Ich liebe Beyti einfach. Und deswegen dachte ich, ich gönne dir das mal heute so zum Beginn, damit du auch nett zu mir bist. Und zwar mit Joghurtsauce. Und ich finde, es sieht echt sehr, sehr nice aus. Weißt du, was hier richtig gut ist? Was denn? Wir haben hier Chili direkt am Tisch. Wir sind so ein scharfes Essen inzwischen gewöhnt. Ich muss alles würzen. Es ist auf jeden Fall mega, dass wir das hier am Tisch haben. Was habe ich Sophia bestellt? Und zwar ein Adamantiri. Ist auf jeden Fall auch geil. Also ich hätte tatsächlich mit irgendwas Größerem gerechnet. So ein Tellergericht. Aber ich habe so lange kein Dürüm mehr gegessen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich in Istanbul ein Dürüm gegessen. Was? Echt? Das. Der Dürüm hat 1 Euro gekostet. Der war riesengroß. Und ich weiß aber nicht, wann war ich in Istanbul, das ist schon vier Jahre her, drei Jahre her. So lange hast du, siehst du, den habe ich auf jeden Fall richtig entschieden, weil das ist geil und das muss man öfters essen. Ist auch ein ganz großes Ding, ne? Also vielleicht zwei solche Dinge. Und natürlich habe ich dir auch was zu trinken dazu gestellt und zwar ein Glas Milch. Das ist wie Milch. Keine Milch. Doch, das ist Milch. Safe ist das keine Milch. Ziegenmilch. Ja, jetzt nochmal Airan oder so, ne? Ich weiß gar nicht, was ist Airan? Das ist zum Joghurt. Ganz kurz dachte ich, ich hätte mir Ziegenmilch bestellt. Was ist zum Joghurt? Ich habe dir ganz easy peasy ein Cola Siro bestellt, weil das kann man einfach immer trinken, finde ich. Das stimmt auf jeden Fall. Und gerade eben haben wir auch noch schönes Brot bekommen, aber ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen, wenn wir heute noch so viel testen werden. Schaut euch das an. Ich habe mal was richtig geiles bekommen, aber ich bin trotzdem neide Stahl drauf. Also ist auf jeden Fall würzig, aber nicht scharf scharf. Aber hier ist gar keine Soße drauf. Also ich glaube, das ist dann der Original, die Rühm ohne zusätzliche Soße. Ja, weil die Soße soll ja eigentlich... Ne, sieht nicht so aus. Die Soße soll ja eigentlich auch von dem Fleisch kommen. Ist echt ein bisschen trocken, muss ich sagen. Darf ich mal probieren? Ja. Ich finde den trotzdem lecker. So, und jetzt trinken wir jetzt da schön rein. Genau so muss es sein. Ich finde, weil du bei mir probieren durfst, das darf ich auch bei dir probieren. Schnick, schnack, schnuck. Wenn du gewinnst, darf ich probieren. Schaut euch das an, Leute. Heftig, oder? So Freunde, als nächsten Stop haben wir jetzt hier einmal das Listig Café. Ich habe das online gesehen und das sieht super süß aus und irgendwie passt das auch gerade so zum Wetter, weil wir haben blauen Himmel und Sonnenschein. Und noch etwas passt zum blauen Wetter. Und zwar Frühlings-Outfits. Ich werde euch jetzt ein paar passende zeigen und dann seht ihr, was wir so bestellen. Frühlings-Outfit Nummer eins. Sehr, sehr sportlich. Und zwar ist das das Maya Set von Oceans Apart. Und mit meinem Code SuperSophia könnt ihr 35% sparen und auch noch ein gratis Oberteil aussuchen ab 89 Euro Mindestbestellwert. Beim Maya Set finde ich richtig cool, dass es so eine schöne Gripte-Optik hat. Es gibt das Set übrigens nicht nur mit Leggings, so wie ich das gerade trage, sondern auch noch mit Shorts für die wärmeren Tage. Das ist jetzt das nächste Frühlings-Outfit. Und zwar ist das auch der Maya Sport BH, aber in Tie-Dye, also mit Pink. Und das hier ist so ein bisschen so eine Übergangs-Leggings für mich persönlich, weil die ist nämlich gefüttert. Ich hatte die in Schwarz die ganze Zeit in New York an. Also die ist eigentlich für kältere Temperaturen, aber wir wissen, der April macht, was er will. Dieses Set liebe ich auch sehr. Das ist das Harley Set. Es ist heute nicht so die typische Frühlingsfarbe, aber ich mag den Schnitt total. Und in der neuen Frühlings-Kollektion findet ihr auch sehr, sehr nice Sachen. Schaut gerne noch in der Videobeschreibung vorbei, da verlinke ich euch nochmal alles genau. Aber jetzt geht es weiter mit dem Video. Also unsere Bestellungen sind jetzt angekommen. Ich habe einen Vorschlag, ganz so einfach. Was denn? Wollen wir diesmal einfach nicht tauschen? Ja, okay. Hä? Nein! Was? Nein! Ich dachte, dass du mir jetzt einfach das vorstellst, was ich dir bestellt habe. Ach so, ich dachte, ich behalte das einfach. Nein! Ich habe dir einen glutenfreien Kuchen bestellt. Einen Schokokuchen. Echt glutenfrei? Glutenfrei, ja. Weil Daniel verträgt ja nicht so gut Gluten. Und deswegen dachte ich mir... Und trotzdem habe ich dann eben gut was beim Döner gegeben. Ja, deswegen müssen wir jetzt etwas zurückspulen. Ich hätte am liebsten den Karottenkuchen bekommen, Leute. Ich habe so oft gesagt so, oh Daniel, guck mal der Karottenkuchen, der sieht so lecker aus. Es ist auch überhaupt nicht aufgefallen, aber deshalb hast du es doch echt nicht gekriegt. Aber nein, Daniel hat ihn mir nicht gegönnt. Nein! Ihr seht gleich, was er mir geholt hat. Aber ich will mich doch nur beschützen. Nein, Karottenkuchen ist so geil, wirklich. Und dann habe ich dir einen großen Cappuccino bestellt. Weil Daniel bestellt jedes Mal Latte Macchiato. Und dann denkst du dich dann, warum ist der denn so schwach? Und dann sag ich dir immer so, Daniel bestellt Cappuccino, der ist stärker. Deswegen habe ich hier einen schönen großen Cappuccino für dich. Was denn? Ist der mit echter Milch oder mit Hafermilch? Der ist mit echter Milch. Ich habe dir was viel 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 cooleres bestellt. Und zwar, ich fange mit dem Getränk an, weil ich sonst den Namen gleich wieder vergesse. Das ist ein Chai Latte mit Hafermilch. Und der heißt Elephant Vanilla. Chai Latte Elephant Vanilla mit Hafermilch. Das ist die Sorte. Ich glaube, da gibt es auch so eine Mischpackung im Supermarkt, die man kaufen kann. Elephant Chai. Echt? Keine Ahnung, der Name hat sich cool angehört. Und Elefanten sind cool. Also Chai finde ich auch cool. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Daniels Chai Latte bestellen soll. Oh, der riecht lecker. Dann dachte ich kurz an Matcha Latte und dann dachte ich kurz... Ja. Spaß. Okay, und was habe ich dir noch bestellt? Und zwar ist das eine heiße Waffel mit heißen Kirschen und heißer... nein, normale Sahne. Und äh... Halt, stopp. Vielleicht wäre es auch nur eine Waffel mit Sahne geworden. Und du hast hier noch so... wie heißen die Dinger nochmal? Physalis. Physalis. Oh, ich finde das viel cooler als das, was ich habe. Gluten vorhin. Also, ich hätte lieber einen Kornkuchen gehabt. Du bist verrückt. Aber es sieht sehr geil aus, muss ich schon sagen. Das kann man auch mit ein bisschen mehr Elan machen hier, ne? Ich habe das so richtig mit Liebe gemacht. Das sieht richtig gut aus. So richtig Borsal, ne? Wie so eine Ketchup-Dose. Versuch den letzten Rest rauszubekommen. Ganz zu mir. Ah, so, tiki, tiki. Ah, ich finde der Kuchen sieht richtig perfekt aus. Der sieht aber echt gut aus. Aber ich weiß gar nicht, bin ich ein Schokokokuchenfreund? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber es war der einzige glutenfreie. Ich wollte erst dir den Streuselkuchen bestellen mit Apfel und Birne. Halt sich geil an. Ach so. Weißt du, auf welcher Basis der ist? Mandel vielleicht? Weil es sehr, wie du es nennen würdest, Fatschi. Schmeckt aber auch gleichzeitig sehr, sehr fettig. Mh. Also meine Waffel schmeckt sehr, sehr schuffelartig. Und sehr, sehr schuffelartig. Fluffig und leicht. Du weißt, wir haben noch einen Laden vor uns, ne? Ja, aber ich war schon beim ersten Laden. Viel netter zu dir. Ja, das ist Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Also mein schmeckt wirklich lecker. Du meinst das jetzt auch nicht schlecht, aber ich bin nicht so... Ich weiß nicht. Ich bin so ein Fan. Ich hab mir früher nach der Schule jeden Tag Waffeln gemacht. Weißt du, worauf ich richtig Bock habe? Sandwiches. Auf dein Schokobärtchen. Ich hab richtig Bock auf Sandwiches. Also so wie in Thailand. Einfach so... Ach, diese Sandwiches. Wir haben... Ich dachte, du meinst jetzt solche Sauerzeigbrot-Sandwiches und so. Nein, die sind auch geil. Aber ich hab gerade Bock auf das andere. Also mein... Getränk. Willst du das mal probieren? Ich finde, der schmeckt nicht nach typischen Schokokuchen. Wenn du bestimmst, dass ich probieren soll... Also der schmeckt nicht schlecht. Der schmeckt aber auch nicht herausragend. Aber ich bin auch wohl nicht so ein Schokoladen-Kuchen-Fan. Nächstes Mal bestell ich dir Karotten-Kuchen. Also nächstes Mal kriegst du denn... Was machst du nochmal nicht? Käse-Nuggets. Den ganzen Tag Käse-Nuggets. Der schmeckt wirklich sehr dense. Fest. Dense. Auf Englisch-Soße. Aha. Komprimiert. Ich hab was gelernt, meine Freunde. Und ein bisschen nach Nuss. Deshalb hab ich auch gefragt, was für eine Basis das ist. Weil die werden ja schon kein normales Mehl. Kein Weizenmehl benutzen oder neben was anderes. Haselnussmehl. Aber das ist ja so... Das könnte sein. Die eine Allergie mit der anderen ersetzen. Ey, ich bin so ein Opfer. Ich vertrag so viel nicht. Das ist schrecklich. Und trotzdem esse ich es und wundere mich dann, warum ich jeden Tag einen Blähbauch habe. Jedenfalls. Der Kuchen ist glutenfrei. Also kannst du ihn essen. Danke. Oder hast du eine Haselnussallergie, von der ich nichts weiß. Keine Allergie. Aber mir ist mal aufgefallen, dass ich immer noch Haselnuss einen Totdämmen bekomme. Also wirklich jedes Mal. Da. Way to dinner. Ich will euch schon die ganze Zeit erzählen, wie dieser Chai Latte schmeckt. Irgendwie schmeckt der ein bisschen künstlich. Aber er ist trotzdem lecker. Aber irgendwie schmeckt der so hardcore nach Vanilla-Aroma. Vielleicht liegt das halt wirklich an der Sorte, die es hier gibt. Und wie ist da ein Cappuccino stark? Der ist ganz gut, ja. Mein Cappuccino ist ganz gut. Sonst sieht das Kaffee hier auf jeden Fall sehr süß aus. Ich glaube, wir müssen hier nochmal so hinkommen. Und dann hier frühstücken oder franschen oder so. Weil die haben hier echt nice Sachen. So auch von Essen her. Und ich kriege einfach einen glutenfreien Kuchen. Ich esse jetzt meine Löffel, Walka. Hast du ja auch bestimmt, dass ich es mal probieren darf? M-m. Ist gar nichts. Ich bin aber auch immer dumm. Ich bestelle so viele Sachen, die ich haben möchte. Und dann heule ich hier rum. Nächstes Mal bestelle ich was, was wir einfach beide nicht mögen. Einen kurzen Reminder. Wir bestellen ja auch extra für den anderen. Und dann ist ja klar, dass manchmal einem die Sachen nicht so gefallen, wie wenn man vielleicht selber ausgesucht hätte. Heißt jetzt nicht, dass wir nicht nochmal in das Café gehen. Sagen die auch richtig cool aus. Ja, deswegen. Also ich wollte es nur nochmal sagen. Weil mir tut das auch irgendwie immer voll leid. Für die Cafés oder so. Wenn wir dann hingehen und sagen, irgendwie trifft das nicht so meinen Geschmack. Aber es liegt halt eben daran, dass wir auch nicht für uns selber bestellen. Und selbst dann, wenn man für sich selber bestellt. Manchmal erwischt man dann ja auch nicht so das Ware immer. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg in das nächste Restaurant. Das hat auch erst frisch aufgemacht. Mal gucken. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf. Als nächstes sind wir jetzt im neuen Pizzaladen. Und der hat im Dezember erst aufgemacht. Und sieht bei Google auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Also es sieht aus, als wäre das so eine richtig nice neapolitanische Pizza. Und die haben wir auch sehr gerne in Hamburg gegessen. Deswegen hoffe ich, dass sie genauso lecker wie dort ist. Vorne im Eingang sieht man auf jeden Fall auch schon so Pizzamehl aus Italien und so. Ich werde euch jetzt erst mal erzählen, was ich Daniel bestellt habe. Und dann erzählt Daniel euch, was er mir bestellt hat. Ich habe ihm eine normale Margherita Pizza bestellt. Weil er muss, also beziehungsweise ich muss auch einmal die normale Margherita Pizza sehen. Weil wenn die nice ist, dann ist glaube ich alles geil. Und ich habe aber, um das noch ein bisschen aufzupeppen, noch ein extra Burrata bestellt. Ich hätte sonst eigentlich die Margherita Pizza mit Büffelmozzarella bestellt. Aber dann dachte ich mir, irgendwie Burrata ist cooler. Und deswegen habe ich das genommen. Ich habe auch gesehen, dass es eine Trüffelpizza gab. Aber ich weiß, dass Daniel lieber Pizza mit Tomatensauce ist. Und bei der wäre halt keine Tomatensauce drauf gewesen. Und dann habe ich ihm noch ein Basilikum-Limetten-Getränk bestellt. Da meinte der Kellner, ich glaube das ist sogar der Besitzer des Restaurants auch. Meinte, dass die das gerade als Special haben. Und ja, ich denke das wird ganz lecker sein. So, ich habe Sophia eine Limonade bestellt, die auf Zitronen- und Basilikum-Basis ist. Stell ich mir richtig geil vor, ist was besonderes. Und zuerst habe ich hier eine Pizza Calabrese bestellt. Das ist so eine Sache. Da sind so ein paar Sachen drauf, die sie sehr mag. Aber ein paar Sachen, die sie nicht so mag. Und zwar ist da eine scharfe Wurst drauf. Ich glaube, da ist sie nicht so der Freund von. Und eine Salami. Und sie versteht Salami nicht. Sie findet Salami richtig ekelhaft. Aber dann haben wir Oliven drauf. Wir haben ein bisschen Mozzarella drauf. Das mag sie ja total. Deshalb, es kann ganz geil werden. Sie kann aber auch hart enttäuscht werden. Mal schauen. Dankeschön. Dankeschön. Das war genau ungefähr. Genau so. Richtig. Leute, die Pizza sieht auf jeden Fall krass aus. Der Pizza sieht super aus. Ich finde deine sieht aber, guck mal, deine sieht auch richtig gut aus. Also einerseits, wer bestellt eine Margherita? Anderseits ist eine Burrata oben drauf. Und die haben einen ordentlichen Lieb Olivenöl drauf gehauen. Und bei den Italienern, die haben dieses schöne Olivenöl. Das ist einfach so geschmackvoll ist. Deshalb kann es richtig geil sein. Aber wie so eine Margherita? Wieso? Also ich möchte es verstehen. Ich dachte, ich bestelle dir erst eine Trüffel Pizza. Und dann meintest du so beiläufig, ich mag aber Tomatensauce auf der Pizza. Und dann meintest du vorhin, du magst nicht sogar Nüsse. Und diese Unterhaltung ging auch noch nach dem Kaffee weiter. Und auf der einen Pizza wären halt Walnuss drauf gewesen. Deswegen, dass du die... Echt? Also die hatte ich nämlich auch im Blick. Deswegen kriegst du die Margherita. Und wenn die Margherita gut ist, sind alle anderen ja safe auch gut. Ja das stimmt. Weil ich weiß, dass sehr sehr viele Frauen auf Margherita bestellt. Aber ist die Margherita... Echt Frauen? Und hier ist echt viel Käse drauf. Und ich dachte, da wäre ein bisschen mehr Basilikum drauf. Weil da sind zwei Blätter drauf. Eine Frage ist... Wo hat der immer auch die Margherita? Weil dann wäre das ja... Das ist sonderlich so. Ich habe extra draufgestellt, damit du nicht so traurig bist. Aber oah, der Teig fühlt sich schön aus. Der riecht gut. Ja guck mal so. Die ist auch nur so ganz kurz. Ich kann ja auch selber machen. Die ist auf jeden Fall nur ganz kurz im Ofen gewesen. Ich habe hier eine mit so Wurst drauf, ne? Ich glaube, die hatten wir auch schon mal in Hamburg mit dieser Wurst und dieser Wurst. Das stimmt. Wir waren in einem veganen Restaurant. Da hatten sie so eine Wurst-Alternative davon. Aber das ist eine Wurst. Eine scharfe Wurst. Und das da oben drauf ist Salami. Aber das war kein veganes Restaurant. Das war nur die vegane Pizza. Also die gab es auch in veganen. Ja, okay. Und das andere ist Salami. Salami? Yeah, das freut dich doch bestimmt, ne? Du bestellst mir eine Pizza mit Salami. Das ist eine, übrigens eine... Wie hieß? Calabria, ne? Wie hieß? Calabrese. Mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Aber was da drauf ist, ist Büffel-Mozzarella. Also jetzt keine normale Mozzarella da drauf. Dann hast du noch ein Büffel-Mozzarella. Zwiebeln. Die ist das. Und? Und die sieht richtig gut aus. Ich finde deine... Ich finde der Burrata sticht halt voll raus. Aber es sieht schon ein bisschen witzig aus. Es sieht voll käselastig aus. Dann haben wir uns beide zufällig das gleiche Getränk bestellt. Der hat so gut angeworben. Der steht nämlich nicht auf der Karte. Und das ist ein Zitrone-Limette... Wie hieß das? Basilikum. Zitrone-Basilikum-Drink. Limonade. Das riecht halt nur nach Basilikum, weil da halt so ein halber Busch drin ist. Oh, aber es schmeckt nur nach Limette. Tatsache. Also ich glaube man muss den Basilikum noch ein bisschen verstampfen vielleicht. Ich finde das schon geil. Aber ich brauche jetzt auch nicht unbedingt eine Limonade, die pur nach Basilikum schmeckt, ne? Aber die riecht gut. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut. Sehr schön. Schon wieder. Ich habe vorhin gesagt, ich mache das nie wieder. Aber ich bestelle immer die Sachen, die ich mir bestellen würde. Ich bestelle selten das, was ich mir bestellen würde für dich. Weil ich weiß... Also eigentlich war ich heute den ganzen Tag voll nett zu dir schon wieder. Ich weiß auch nicht warum. Ich war auch nett zu dir. Ich wollte eigentlich fies sein. Ich war nur so ungewollt ein bisschen fies anscheinend mit dem Chokoku. Und ich habe hier gedacht, boah Salami, das mag sie auf gar keinen Fall. Aber Burrata mag sie auf jeden Fall. Deshalb ist das so ein guter Ausgleich. Das Problem ist jetzt, sie mag Oliven. Vorher war das immer so mein Killer. Immer Oliven. Oder eine Bockwurst. Aber jetzt? Ich hätte mir, glaube ich, aber echt was anderes bestellt. Ich glaube, ich hätte mir die Trüffelsitzer bestellt. Oder vielleicht sogar auch Margarita, wer weiß. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der Margarita bestellt. Ist mir jetzt mal aufgefallen. Noch nie. Also die ist auf jeden Fall schon sehr würzig. Und auch ein bisschen ölig. Und die Schärfe kommt auch noch mal nach. Das ist so eine Paprikaschärfe. Das ist, weil du diese Ecke hast. Das sind auch zwei, drei Flecken da und du hast sie voll in keiner abbekommen. Achso nee, ich hatte ja vorher das hier. Das hier hatte ich ja gerade eben. Und jetzt probiere ich das hier. Mhm. Irgendwie erinnert mich der Geschmack an so Teelwurst. Wirklich? Ja. So mit der Teelwurst. Die schmeckt komplett anders. Ich finde es auf jeden Fall lecker. Ich habe so einen Tick, wenn ich Burrata drauf habe, versuche ich das immer auf den Rand zu kriegen. Boah, ich hätte so Bock auf diesen Burrata. Oh, der Burrata ist so lecker. Das Ding ist, ich muss nicht mal so tun, um so viel zu ärgern. Der ist wirklich einfach lecker. Das riecht die richtig leise. Das ist die beste Margarita, die ich je gegessen habe. Allerdings habe ich noch nicht so oft Margarita gegessen. Also die Pizza ist auf jeden Fall sehr lecker, finde ich. Meine ist halt ultra würzig. Auch ein bisschen fettiger durch die Wurst. Deswegen finde ich gut, dass bei mir jetzt nicht nochmal extra Olivenöl drauf ist. Und die Tomatensauce ist auch wirklich gut. Also es schmeckt auch sehr tomatig. Aber ich bin auch wirklich gespannt, wie die Pizzen ohne Tomate schmecken. Also ich musste einfach nicht mal die Trüffelpizza bestellen, Leute, ihr wisst es. Und dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt erstmal schmecken, oder? Auf jeden Fall. Das war es jetzt mit dem Video. Wir waren ja eigentlich ziemlich ungewollt nett zueinander, oder? Ja, ungewollt, wie du schon sagst. Ja, eigentlich wollte ich ein bisschen gemeiner sein, aber naja. Wenn euch noch einfällt, was Sophia überhaupt nicht mag, schreibt es mal in die Kommentare, damit ich das nächste Mal anwenden kann. Stimmt, ihr könnt ja auch mal schreiben, was ich mal Daniel bestellen soll. Und schreibt doch gerne, welches Restaurant ihr am besten fandet. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Haut da rein!